Christian Dittrich sitzt im Sattel eines hochinteressanten vierjährigen Springhengstes, im Sattel von Director Scott. Der aus der Zucht der Familie von Langermann, hier aus Neustadt-Dosse, stammende Sohn des Diego de Semei, hat hoch erfolgreich mit Bewertung jenseits der Acht sein 50-tägiges Hengstexamen abgelegt. Der Vater Diego de Semei vereint die wertvollen Gene der Hengste Diarado und Kulmen und war selbst siebenjährig bereits siegreich und Holsteiner Landeschampion im Springparcours. Geradezu herausragend ist die Mutterseite des Hengstes. Kaskaja, Tochter des Hengstes Carlyle, als erste Mutter war im letzten Jahr sechsjährig altersgemäß siegreich in Springpferdeprüfungen der Klasse M. Und dann folgen in direkter Folge fünf Mütter, fünf Stuten, die allesamt erfolgreich waren im Springen der Klasse S. Zunächst als Großmutter die DSP Callas, 1,60 Meter erfolgreich unter André Thieme von Kaskeni 2. Im Pedigree folgen die Hengste Levestano, Landrebell, Wanderlust und Direx, allesamt Neustädter Landbeschäler. Und ganz besonders bekannt natürlich auch die vierte Mutter DSP Lucy. Bis in drei Sterne es springen siegreich unter Laura Streml. Diese große Anzahl an sportlichen Müttern ist sicherlich eine besondere Qualität dieser Linie. Und das ist auch etwas, worauf wir beim Ankauf von Fohlen und von Hengsten immer sehr achten, dass auch aus der Mutterlinie, aus dem Stutenstamm schon entsprechend erfolgreiche Pferde gekommen sind, weil das einfach dann auch ein Indiz dafür ist, dass auch dieser Hengst sich positiv vererben wird. Und das ist auch etwas, wo wir beim Ankauf von Fohlen und den Kuss